hey freunde und herzlich willkommen zu einem neuen true crime hier auf meinem kanal ich hoffe es geht euch ein gut schreibt mir doch wie immer unten in die kommentare wie ihr seht ich habe mein glitzerpullover angezogen denn silvester steht vor der tür und ich bin wirklich sehr gespannt wie das neue jahr werden wird und was es alles so mit sich bringt und ich bin auch sehr gespannt wie ihr silvester feiert schreibt mir gerne mal unten in die kommentare leute wir kommen unserem abo ziel den 30.000 abonnenten wirklich immer näher also würde ich mich sehr freuen wenn ihr noch ein abo da lassen würdet denn ich weiß dass die meisten von euch die videos zwar regelmäßig schauen aber noch kein abo da gelassen haben also wäre es sehr cool wenn ihr das jetzt nachholt und dann würde ich sagen legen wir auch schon mit dem fall los denn heute sprechen wir über den fall von susan smith susan ist geboren am 26 september 1971 sie lebte mit ihren eltern harry und linda und ihren geschwistern in south carolina susan war ein schüchternes kleines mädchen das in ihrer kindheit oft sehr traurig war sie hatte nicht viel freude in ihrem leben denn ihre eltern stritten oft und es kam auch wohl vor dass die situation so eskalierte dass ihre eltern aufeinander losgingen susan und ihre geschwister bekam natürlich oft von den streitigkeiten ihrer eltern mit und auch sie selbst wurden in diese streitigkeiten mit reingezogen denn ihre eltern wurden ihnen gegenüber des öfteren handgreiflich susans vater trank regelmäßig und er drohte seiner frau des öfteren damit dass er sich das leben nehmen wird wenn sie sich von ihm trennt die kinder litten natürlich darunter doch ihre eltern blieben zusammen als susan sechs jahre alt war trennten sich ihre eltern dann aber doch und ihr vater zog aus susan blieb mit ihren geschwistern bei ihrer mutter und nur fünf wochen nachdem ihre eltern sich getrennt hatten machte ihr vater seine drohungen wahr er nahm sich tatsächlich das leben susans bruder hat in den tagen danach im alter von nur zehn jahren dann versucht sich auch das leben zu nehmen es gelang ihm nicht und er kam in eine klinik dort wurde er behandelt und blieb auch eine weile und als es ihm dann wieder besser ging wurde er entlassen bis susans familie und vor allem für die kinder war dies natürlich eine sehr harte zeit doch nur wenige wochen später lernte susans mutter einen neuen mann kennen ihre mutter war sehr verliebt in diesen neuen mann er war charmant er war gut aussehend und er hatte geld nachdem ihre mutter ihn dann sogar geheiratet hat ist sie mit ihren kindern bei ihm eingezogen er lebte in einem sehr schönen haus und so weit hatten die kinder eigentlich alles was sie brauchten ihnen fehlte an nichts man könnte meinen es wäre nun ein happy end nach dieser wirklich schweren zeit doch der scheint trügt denn susan wurde nur wenige zeit nachdem sie in dieses haus eingezogen war von ihrem neuen stiefvater dieser brauch zog sich dann auch über die nächsten jahre und als susan 13 jahre alt war hielt sie den schmerz einfach nicht mehr aus sie versuchte sich das leben zu nehmen in den jahren danach absolvierte susan erfolgreiche abitur und jobbte im anschluss bei ihrem job lernte sie ein verheirateten mann kennen in diesen mann verliebte sie sich hals über kopf und er verliebte sich auch in susan die beiden führten eine affäre doch irgendwann trennte er sich von ihr nach der trennung war susan am boden zerstört sie wollte ihn auf gar keinen fall verlieren es ging ihr so schlecht dass sie depression bekam susan fiel in ein schwarzes loch und daraufhin versuchte sie erneut sich das leben zu nehmen und kam anschließend in eine klinik in der zeit danach lernt susan einen neuen mann kennen namens david diesen heiratet sie sogar und sie bekam zusammen ein kind und zwar ein sohn namens michael die drei lebten nun also zusammen als kleine familie doch die beziehung lief immer schlechter denn susan war sehr eifersüchtig sie klammerte und es kam auf zu streit eines tages fing susan eine affäre mit einem anderen mann an natürlich hinter dem rücken von david er wusste nichts davon doch david fand das ganze heraus und trennte sich von ihr die beiden haben dann aber doch wieder zueinander gefunden gespräche geführt und gesagt sie wollen zusammen für ihren sohn michael da sein also kam sie wieder zusammen dann wurde susan erneut schwanger und sie bekam ihr zweites kind wieder ein sohn namens alexander da sie jetzt eine vierköpfige junge familie waren brauchten sie mehr platz und zogen in ein neues haus dabei wurden sie finanziell von ihrer mutter und ihrem stiefvater unterstützt es schien eigentlich alles perfekt susan und david haben wieder zueinander gefunden sie haben mittlerweile zwei wundervolle kinder und leben in einem neuen wunderschönen haus doch susan war unglücklich irgendetwas fehlte ihr irgendetwas gab es warum sie mit ihrem leben nicht zufrieden war nach und nach lief die beziehung jetzt wieder schlechter die beiden stritten sich wirklich sehr oft und es kam sogar dazu dass david auszog doch er kam noch regelmäßig vorbei um seine söhne zu besuchen denn er war ein sehr fürsorglicher und liebevoller vater dadurch dass david ausgezogen war wurde die situation wieder etwas besser das ganze beruhigte sich und david und susan kam auch wieder besser miteinander klar doch david wollte nicht wieder einfach zurückziehen und blieb erstmal weg doch er fand eine lösung denn er zog in die nähe von susan um öfter bei seinen söhnen zu sein um sie öfter sehen zu können er fand sogar einen gut bezahlten job um sein neues zuhause ja bezahlen zu können um für seine söhne da zu sein auch finanziell und auch susan fing wieder an zu arbeiten dort bei ihrer neuen arbeit lernte sie den sohn von ihrem vorgesetzten also von ihrem chef kennen sie fand ihn sofort gut und die beiden verstanden sich auch ziemlich gut so gut dass sie sogar eine beziehung anfing susans neuer freund hieß tom finlay und susan war wirklich unglaublich in ihn verliebt dieser tom finlay hatte geld wodurch er susan natürlich ein super leben bieten konnte und das gefiel ihr natürlich doch er war jetzt nicht so der typ der sich fest binden möchte und außerdem wollte er auch keine kinder er sagte zwar zu susan dass kinder jetzt für ihn nicht so in die lebensvorstellung passen doch andererseits machte er susan immer weiter hoffnung so dass sie dann auch irgendwie zusammenleben nach sechs monaten der beziehung trennte sich tom dann aber von susan denn er fand heraus dass sie eine affäre hatte eine affäre mit einem anderen arbeitskollegen nachdem er sich von ihr getrennt hatte was susan wirklich am boden zerstört sie versuchte alles um die trennung rückgängig zu machen sie wollte ihn auf gar keinen fall verlieren susan und tom schrieben sich briefe und in diesen briefen macht er ja auch deutlich dass er keine kinder haben möchte er kann sich einfach ein leben mit kindern nicht vorstellen und das ist auch schon aus diesem grund mit den beiden einfach nicht passt doch sie ließ nicht locker sie wollte tom unbedingt zurück doch tom blieb bei seiner entscheidung er nahm susan nicht zurück susan litt wie gesagt extrem unter der trennung und dadurch dass die beiden ja auch den selben arbeitsplatz hatten hat sie ihn jeden tag gesehen und kam einfach nicht über ihnen hinweg kommen wir einmal zum 25 oktober 1994 an diesem tag vor susan morgens die kinder in den kindergarten und ist danach zu ihrer arbeit gefahren um 15 uhr machte sie feierabend holte direkt ihre kinder aus dem kindergarten ab und fuhr dann mit ihnen nach hause sie aßen gemeinsam und nach einiger zeit ungefähr um 20 uhr fuhr sie mit ihren beiden söhnen im auto wieder los sie wollte den kopf freikriegen und auf andere gedanken kommen sie fuhr zum einkaufen im walmart und danach wollte sie zu einer freundin auf dem weg zu ihrer freundin hielt sie an einer roten ampel plötzlich kam ein mann zu ihrer beifahrertür er war ihrer beschreibung nach schwarz groß sportlich hatte dunkle haare und trug dunkle kleidung außerdem hatte eine waffe dabei er zwang sie loszufahren und susan fuhr daraufhin mit ihren beiden kindern und dem fremden mann im auto los susan fuhr immer und immer weiter und nach einer weile sagte der mann zu ihr sie soll anhalten sie hielt an und er sagte sie soll aussteigen und daraufhin fuhr mit ihren beiden kindern einfach los seine letzten worte an susan waren dass es den kindern gut gehen wird und dass er nichts antun wird susan war in diesem moment völlig machtlos sie konnte nichts dagegen tun der mann war ja im nullkommanix mit ihrem auto einfach weg susan war nun irgendwo im nirgendwo sie kannte sich überhaupt nicht aus und sie irrte umher irgendwann fand sie schließlich ein haus und setzte sich vor dem haus auf die straße ungefähr um 21 uhr bemerkte die frau die in dem haus wohnte dass susan auf der straße saß susan weinte und sah sehr verzweifelt aus die frau machte sich sorgen und sie ging nach draußen zu susan sie sprach mit ihr und susan erzählte ihr dass ein mann ihr auto gestohlen hatte und mit ihren beiden kindern davon gefahren ist daraufhin wurde die polizei alarmiert und es wurde eine große suche eingeleitet auch eine fahndung nach ihrem auto wurde veröffentlicht und der vater von den beiden kindern also david wurde benachrichtigt doch all die mühe der polizei und all ihre versuche die kinder zu finden führte zu nichts es gab keine neuen hinweise es gab keine neuen spuren es gab einfach rein gar nichts nach und nach beteiligten sich immer mehr freiwillige bei der suche doch auch dies brachte sie nicht weiter susan konnte den mann zwar beschreiben doch die beschreibung brachte jetzt nicht wirklich etwas denn es gab jetzt kein wirklich markantes merkmal woran man ihn irgendwie ja identifizieren könnte auch die medien bekamen von dem fall mit und sie belagerten susan und ihre familie regelrecht doch susan und david gaben auch interviews in diesen interviews haben sie darum gebeten ihre kinder wieder zu bekommen sie zeigen sich sehr traurig und völlig aufgelöst das umfeld von susan und ihren söhnen wurde befragt doch susans eltern wirkten nicht verdächtig und auch david der vater der kinder wirkte jetzt auf die ermittler nicht irgendwie so als hätte er irgendetwas mit dem verschwinden zu tun doch auch susan wurde nochmal befragt und irgendwie wirkte es sehr seltsam denn sie fragte nach dem verschwinden ihrer söhne nicht nach ihren söhnen sondern permanent nach tom ihrem ex freund sie hat sogar mit tom telefoniert denn er hat sie angerufen nachdem er von alledem mitbekommen hat und er wollte sie fragen ob sie irgendetwas braucht ob er irgendetwas mehr für sie tun kann doch susan wirkte auf ihn überhaupt nicht traurig sie sprach auch gar nicht von ihren kindern sie fragte ihn ob sie nicht vielleicht wieder zusammenkommen können und ja sprach eigentlich nur davon dass sie ihn unbedingt wieder haben möchte doch tom blieb immer noch standhaft er konnte gar nicht glauben dass sie in dieser situation daran denkt dass sie mit ihm wieder zusammen kommen will obwohl ihre kinder weg waren er machte ihr deutlich dass er nicht wieder mit ihr zusammen kommen will und brach den kontakt ab doch susan versucht es immer wieder sie rief ihn ständig an tom war einfach nur noch genervt davon denn er wollte susan wirklich nicht mehr wieder haben die suche nach den beiden kindern ging tagelang und es wurden sogar taucher eingesetzt die den john de long sea absuchen sollten und auch das gebiet rund um den ort wo susan von diesem mann abgesetzt wurde wurde abgesucht doch immer noch brachte all ihre mühe rein gar nichts doch dies sollte sich nun ändern denn die ermittler schauten sich das interview an was susan und david gegeben hatten und ihn fiel etwas auf ihn fiel auf dass susan nicht wirklich weinte aber so aussah als wenn sie weint damit will ich sagen ihr gesicht sah zwar sehr traurig aus als wenn sie weinen würde aber es kam einfach keine tränen außerdem sprach sie von ihren beiden söhnen meist in der vergangenheitsform und das war ein detail was den ermittlern ja ziemlich negativ auffiel dazu muss man aber sagen dass david die ganze zeit auf die ermittler authentisch wirkte er wirkte wirklich traurig und er wirkte wirklich so als wenn er verzweifelt ist und nach seinen beiden söhnen sucht als die ermittler vergleichen konnten wie david und susan trauerten fiel ihnen halt einfach auf dass david das ganze nicht spielte aber susan irgendwie den anschein macht susan wirkte also super gestellt und die ermittler wollten erneut mit ihr sprechen susan musste mehrere lügendetektor test durchführen doch von diesem test bestand sie keinen und david sollte auch so einen test durchführen diesen bestand er außerdem stellte sich heraus dass susan gar nicht einkaufen war denn die ermittler überprüften das ganze sie sprachen mit den verkäufern und den angestellten des ladens und keiner konnte sich an susan erinnern was sehr seltsam ist denn wenn susan einkaufen war wurde sie eigentlich immer von denen erkannt denn sie war jetzt kein unbekanntes gesicht man kannte sich sie war halt regelmäßig dort einkaufen also sind die ermittler davon ausgegangen dass susan sich das ganze nur ausgedacht hat und sie angelogen hat außerdem fanden die ermittler heraus dass susan noch mal gelogen hatte denn sie hatte erzählt dass sie an der roten ampel stand und niemand anderes dort gewesen war doch das kann nicht sein denn die ampel an der sie angeblich stand kann nicht auf rot springen wenn aus der anderen fahrtrichtung kein auto kommt dadurch dass susan gesagt hatte sie wäre dort ganz alleine gewesen und es würde keine zeugen geben die gesehen haben dass dieser mann sie am auto überfallen hat kann ihre aussage einfach nicht stimmen denn die ampel wäre nicht rot geworden susan wurde immer und immer wieder befragt und jedes mal änderte sich ihre version ein kleines bisschen es stimmte einfach nicht überein und das war der nächste punkt wo die ermittler stutzig wurden dann leute neun tage nachdem susans söhne verschwunden waren gab susan ein geständnis ab sie erzählte den ermittlern dass sie sehr verzweifelt war weil tom sich von ihr getrennt hatte sie war am boden zerstört und sie wollte unbedingt mit ihm eine zukunft haben an dem tag an dem ihre söhne angeblich entführt worden ist sie mit dem auto umher gefahren um den kopf frei zu bekommen doch ihre gedanken ihr liebeskummer und all der schmerz erdrückten sie und sie spielte mit dem gedanken sich das leben zu nehmen man darf hier nicht vergessen dass susan in diesem moment mit ihren beiden kindern im auto war und durch die gegend gefahren ist und wirklich mit dem gedanken gespielt hat sich das leben zu nehmen während ihre beiden kinder auf dem rücksitz sitzen eigentlich wollte sie sich nur selbst das leben nehmen doch sie wollte nicht dass ihre beiden söhne ohne eine mutter aufwachsen ihr plan war folgender sie wollte zu dem see fahren und dort an dem see gab es eine rampe und sie wollte das auto auf diese rampe fahren und dann wollte sie mit ihren beiden söhnen zusammen sich in den see rollen lassen und untergehen doch dann entschied sie sich anders sie löste die handbremse stieg aus dem auto aus machte die autotür zu und sah dabei zu wie ihre beiden ahnungslosen söhne angeschnallt in dem auto sitzen und im see untergehen ich meine ihr müsst euch das mal vorstellen das ist so unglaublich furchtbar ich will gar nicht wissen was für eine angst die beiden kinder gehabt haben müssen der ältere also michael war mittlerweile drei jahre alt und alex war 14 oder 16 monate alt ich habe beides gefunden und die beiden kinder wussten nicht was passiert sie saßen angeschnallt im auto und sind dann in den see gerollt und langsam untergegangen das ganze ist ja nicht einfach so vorbei das ist ja eine sache die länger dauert bis das auto komplett voll gelaufen ist bis es komplett untergegangen ist bis die beiden nicht mehr im leben waren da müssen minuten vergangen sein ich habe in einigen quellen gelesen es soll so ungefähr sechs bis sieben minuten gedauert haben ich bin mir an dieser stelle auch nicht zu 100 prozent sicher aber so oder so wird das ganze nicht innerhalb von einer minute vorbei gewesen sein und das ist einfach so schrecklich wenn ich nur daran denke dass eine mutter zu so etwas fähig ist und ihren beiden söhnen auch noch dabei zuguckt bis das auto ganz weg ist daraufhin waren taucher eingesetzt um den see abzusuchen und tatsächlich brachte dies traurige gewissheit sie haben das auto mit den beiden jungen gefunden david wurde darüber informiert dass seine beiden söhne gefunden worden und es war für ihn einfach so ein tiefer schock er hat susan vertraut er hat ihr all die trauer abgekauft er wusste von gar nichts und er hätte ihr auch das ganze niemals zugetraut daraufhin ließ er sich dann von susan scheiden die beiden waren zwar nicht mehr zusammen auch vorher schon nicht aber sie waren immer noch verheiratet susan wurde angeklagt und auch die todesstrafe stand im raum doch susans familie besorgte einen sehr teuren anwalt und sie unterstützen susan wo sie nur konnten schlussendlich wurde die todesstrafe abgelehnt und susan bekam das urteil lebenslang sie hat das erste mal die chance einen antrag auf bewährung zu stellen im jahr 2024 so freunde das war der heutige fall ich bin wie immer sehr gespannt auf eure meinung schreibt sie mir gerne unten in die kommentare und mich würde auch interessieren ob ihr den fall schon kanntet oder ob ihr ihn noch nicht kanntet und er neu für euch war schreibt es auf jeden fall unten in die kommentare und dann würde ich sagen lasst gerne einen daumen nach oben da falls euch mein video zu dem fall gefallen hat lasst gerne ein abo da und aktiviert die glocke falls ihr es noch nicht getan habt und dann verpassen wir uns auch nicht beim nächsten mal also passt auf euch auf wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin ciao so 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 Untertitelung des ZDF, 2020